Musik Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Swimor, Gunshot und ja wir sind wieder hier bei Siddivision und ja Siddivision 1.5 Und genau deswegen ist natürlich auch wieder die Frage aufgekommen, was für ein Gear ich denn zur Zeit wieder trage jetzt seit 1.5 Und deswegen nehme ich das Video hier auf, um euch das im Endeffekt mal wieder zu zeigen, was ich zur Zeit trage Es gibt wirklich viele, viele Setmöglichkeiten zur Zeit oder sogar die Möglichkeit ohne Set rumzurennen Aber da gehen wir näher zu drauf ein, im späteren Verlauf erstmal zeige ich euch, was ich so trage Also ich bin im Endeffekt unterwegs mit 4xAlphaBridge, ist klar, wegen den Talentzusammensetzungen aus der Primär- und Sekundärwaffe Solange diese halt einer Waffenklasse angehören Das ist bei mir hier jetzt zweimal die MP7 Einfach bloß, weil die echt gut gerollt sind von den Talenten Echt gut heißt, noch nicht perfekt, aber echt gut Wir sehen jetzt, ich gehe jetzt einmal hier kurz drauf ein So, halt, wir wollten erstmal bloß die Talente sehen So, wir haben hier drauf Einmal boshaft Flink und nachtragend Dazu dann noch durch die zweite Waffe Einmal tödlich Brutal und empfänglich Also eigentlich sehr vieles, was ich brauche Natürlich würde Einiges noch mehr gehen Ich meine, nachtragend, ja, muss jetzt nicht sein Und gerade boshaft Ja, es gibt halt Es gibt halt bessere Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass die alle in Kombination doch ganz gut sind Und ich endlich diese 6. Kombo da hingekriegt habe Ohne, ja, auf 1 verzichten zu müssen Weil das fehlt, weil ihr kennt das bestimmt Man hat dann eine Waffe und dann kann man irgendwie das dritte nicht Weil unten rollen kann man nur das zweite Ach, alles scheiße Auf jeden Fall bin ich damit sehr zufrieden 39% kritischen Trefferschaden Hat einen guten Basic-Schaden Im Endeffekt auch noch mit drauf Wir gehen nochmal kurz auf meine Mods ein Das robuste Mini-Reflex-Masier Mit 7,5% kritischer Treffer-Chance 2,5% Stabilität Und 6% Kopfschuss-Schaden Dazu sei gesagt, dass ich Auch keine Ahnung habe, ob ich jetzt schon das Max überall erreicht habe Ich nehme natürlich immer das, was Ich gerade finde und was besser ist Ja, also Herstellen tue ich zur Zeit relativ wenig Weil erstmal ich für die ganzen MP7s, die ich mir hergestellt habe Einiges verschleudert habe Und weil man doch wirklich wesentlich mehr findet So, hier haben wir jetzt einmal natürlich ein erweitertes Magazin Mit 116,5% Magazin-Größe 3,5% kritischer Treffer-Chance Und 6% Feuergeschwindigkeit Ja, den kurzen Griff mit 19% kritischem Trefferschaden 4,5% optimale Reichweite Und 2% Präzision Keine Ahnung, ob das jetzt optimal ist Oder ob das gute Werte sind Sagen wir einfach mal so Da habe ich jetzt wirklich noch nichts Besseres Ich war auch noch ein bisschen zu faul Da großartig was herzustellen Weil mir da im Endeffekt Die Blaupause Für ein Energie Stufe 34 Eißig-Griff fehlt Ne, und die kosten halt ja Phoenix-Credits Und da hatte ich jetzt in letzter Zeit Durch das viele Umschichten Also, ist ja egal So, hier, kommen wir zum Tyrant-Schalldämpfer 7,5% kritischer Treffer-Chance 6% Kopfschaden Und 4,5% optimale Reichweite Ist bei der MP7 gerade optimale Reichweite Gar nicht mal so verkehrt Ja, bei der zweiten Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein Da habe ich im Endeffekt jetzt einfach nur Die Sachen, die minimal schlechter waren Auf die zweite MP7 draufgepackt Das seht ihr aber im Endeffekt auch schon hier Dadurch, dass die Boni natürlich sind Und weil die Waffe selber Auch schlechtere Stats hatte Zum Beispiel hier weniger Weniger Grundschaden Weniger kritischen Trefferschaden Deswegen natürlich als Primärwaffe Die mit den besseren Werten Ja, insgesamt komme ich jetzt durch Warte, gucken wir einmal zurück Insgesamt komme ich dadurch jetzt natürlich Auf Der Primär-SPS Von 290.030 Bei einer Schusswaffenstärke Für 5.081 Zähigkeit 435.491 Bei einer Ausdauer Von 6.872 Dann noch bei einer Fertigkeitenstärke Von 107.486 Und ja Elektronik Bei 2.786 Ist jetzt nicht die Welt Achso Pistole Habe ich einfach bloß Weil sie Spaß macht Die 93R Mit dem Burst Ganz gut Ja, Talent Ja, flink Alles so wie es ist Die macht halt echt Bock Durch den Burst Damage Der da im Endeffekt rauskommt Durch diese Was weiß ich Dreischuss oder was auch immer Was der als Salven halt abfeuert Finde ich ganz lustig Finde ich auch echt cool Ja Kommen wir mal zum Näheren Also wie gesagt Ich habe ja 4 Alphabitch-Teile Und Dann habe ich Im Endeffekt Jetzt hier Noch den Sondereinsatz Truppenrucksack Und zwar Mit spezialisiert Fügt Schusswaffen und Ausdauer Fertigkeitenstärke 200% hinzu Ja Dadurch haben wir Im Endeffekt Hier Wesentlich mehr Fertigkeitenstärke Ohne Dass wir großartig Auf Energie Oder Fertigkeiten Dings Bei unseren Objekten Gehen Wie ihr selbst seht Bin ich hier meistens halt Auf Ausdauer 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 Schusswaffen und Ausdauer Hier auch nur auf Schusswaffen Ne Und hier halt auf allen dreien Ist schon klar Und das klappt dann halt echt gut Jetzt sind wir nochmal bei den Sondereinsatz Truppenhandschuhen Da nehmen wir nämlich die Handschuhe Mit Wild Ja Kritische Trefferchance Wird gegen Ziele außerhalb ihrer Deckung Um 7% erhöht Da habe ich in den Jahren 975 MP-Schaden 4% Lebenspunkte bei Tötung 6% Kritische Trefferchance Hier hätte ich gerne noch Kritischen Treffer-Schaden gehabt Ne Aber ich musste hier schon umrollen Damit ich MP-Schaden bekommen habe Ja Da bleibt einem dann halt Nichts anderes übrig Also ihr seht selber Perfekt ist das Set Natürlich alles noch nicht Wie ich es habe Das wird immer weiter perfektioniert Aber ihr kennt das halt selber Ne Das dauert immer so seine Zeit Bis man dann wirklich auch Die Gegenstände hat Die man die ganze Zeit braucht Zu den Ausrüstungsmod Die ich drinnen habe Damit ich natürlich Auf meine Werte komme Die ich sonst habe Habe ich Alles in Ausdauer-Mods So gut wie Alles in Ausdauer-Mods Investiert Ich glaube ich habe Einen Schusswaffen-Mod drin Ich weiß es nicht genau Wir gucken gleich mal Ausdauer-Mods sind hier halt drin Natürlich mit Rüstung Weil Rüstung ja jetzt mittlerweile Ja das A und O ist Um da überhaupt Auf einen nennenswerten Wert zu bekommen So genau Hier haben wir im Endeffekt Einen Schusswaffen-Mod drin Mit Auch wieder mit Rüstung So hier habe ich jetzt Ja okay Impulsgeber-Kritische Treffer-Chance Ich habe noch nicht viele Leistungs-Mods War auch zu faul Die herzustellen Die habe ich einfach so reingeklatscht Wie ich sie gerade hatte Aber da ich den Impulsgeber Selber immer noch benutze Ja geht sich das eigentlich Ganz gut aus Ja zu den ganzen Werten Gehen wir jetzt natürlich einmal Auf die Charakterwerte selber Die ich jetzt nochmal langsam Runterscrolle für euch Gut wir haben im Endeffekt Lebenspunkte von 206.160 Was schon echt gut ist Also wir halten schon gut was aus Gerade auch mit dem Rüstungswert Den ich euch gleich zeige So Elektronik ist auch klar So Waffenschaden Kritische Treffer-Chance Sind wir jetzt bei 9% Da sind natürlich einige Sachen Nicht mit eingerechnet Das merkt ihr selber Wenn ihr alleine schon zusammengerechnet hat Was ich da alles zusammengezählt habe Kommen wir dann natürlich noch Auf höhere Werte Gerade durch den Impulsgeber Im späteren Verlauf Und durch die Handschuhe Ja also da müssen wir definitiv Nochmal ein bisschen gucken Natürlich sollte man hier versuchen Bei Kritische Treffer-Chance Viel rauszuholen Ist mir jetzt halt Bei einigen Sachen noch nicht gelungen Im Endeffekt Denn auf jedem Crafting-Teil Auf jedem Gear-Set-Teil Auch Kritische Treffer-Chance Irgendwo noch mit drauf zu haben Und Rüstung Man muss sich da halt entscheiden Und da halte ich doch lieber Etwas mehr aus Und mach viel mehr durch Movement Und Skill weg Dass ich dem anderen doch wegbürste Muss halt bloß einfach länger aushalten Und mehr Movement beweisen als er So wir haben Kritische Treffer-Schaden Für 25% Kopfschaden für 106% Ja Präzision 14 Stabilität 0 So Reichweite 16 Meter Nachladezeit 1,28 Sekunden Nachladtempo Bonus 25% Schadensboni Für alle Waffen 5% Durchhalt den Gear-Set Schadensbonus Für das Sturmgewehr Ist alles 0,0,0,0,0,0,0,0 So Schadensbonus Für MPs Ist klar 975 durch die Handschuhe So Lebenspunkte Bei Tötung Bin ich jetzt schon mal 8% So Fertigkeitenstärke Haben wir hier Fertigkeit Ressourcen gewinnen So jetzt kommt's Zähigkeit Zähigkeit Haben wir ja den Wert schon gehabt Lebenspunkt ist auch nochmal hier Rüstung Ich bin jetzt bei 52,66% Rüstung Beziehungsweise Dämpfung Des Waffenschadens Anderer auf mich Das heißt natürlich Dass einiges gut weggedämpft wird Ich glaube das geht noch Das geht noch ein Stück höher Allerdings muss ich sagen Bin ich bei einigen Sachen Echt schon relativ hoch Vom Rüstungswert Und ich wüsste auch nicht Ich weiß gar nicht Wie hoch der Wert geht Könnt ihr mir ja immer In den Kommentaren lassen Auf jeden Fall Bin ich mit den 52,66% Schon echt zufrieden In der Dark Zone Macht das schon gut Spaß Im PvE Reicht das auch locker aus Das geht echt gut Und ja Ansonsten haben wir dann Im weiteren Verlauf Nur eine Lebenspunkte Regeneration Blibla blub Das ist auch klar Durch die 100% Die wir auch wieder Vom Alpha Bridge Set haben Exotische Schadensminderung Die ja jetzt immer mehr Vernachlässigt wird Die erst wieder Total wichtig war Und jetzt wieder nicht Und ihr merkt selbst Man muss sich in vielen Sachen Halt wirklich Umstellen Und das ist jetzt halt wieder so Jetzt muss man wieder umrüsten Und hier und da Und naja So haben wir natürlich auch Immer was zu tun Natürlich gibt es Jetzt viele Variationen Viele Fragen Jetzt muss es denn Alpha Bridge sein Nein Leute Alpha Bridge muss nicht sein Ihr könnt natürlich auch Gearsets nehmen Die eurer Meinung nach Besser sind Ich zum Beispiel Sammle nebenher Noch das Predator Set Zum Beispiel Und gehe mit dem Predator Set Dann natürlich auch gerne In die Dark Zone Aber erstmal muss ich da Was Gescheites finden Predator habe ich selber Das Pech und finde es kaum Beziehungsweise Kriege ich kaum Gute Predator Set Teile Das ist so ein bisschen Das Problem Banshee finde ich selber Auch noch ganz cool Weil gerade wenn ihr In der Dark Zone seid Und sagt Ihr wollt eigentlich Einfach nur looten Ihr wollt looten Farmen und so weiter Ihr wollt einfach nur Equip rausholen Dann ist das Banshee Set Echt gut Weil selbst wenn ihr Getötet werdet Ihr verliert Vielleicht den Loot Ja okay Aber ihr verliert Nicht eure EP Und keine Dark Zone Credits Ja also das ist ja Auf jeden Fall schon mal was Dann könnt ihr da Ohne euch die ganze Zeit Zu ärgern Weil man hat das halt Ab und zu Man ist in der Dark Zone Es wird die ganze Zeit Abgefarmt Und es nervt einen Einfach nur Da ist das Banshee Set Echt ganz cool Meiner Meinung nach Ansonsten gibt es jetzt Natürlich auch Wie ihr das vielleicht Schon mitbekommen habt Auch die Möglichkeit Komplett ohne Gear Set Gute Stats Drauf zu bekommen Da gibt es natürlich Wie ihr hier schon seht Die goldenen Rucksäcke Ja also die ganzen Goldenen Sachen Im Endeffekt Anstatt den Talent Wild Gibt es im Endeffekt Ja noch das eine Talent Ich weiß jetzt gerade nicht Wie es heißt Indem ihr Wenn kein Gearset Boni Aktiv ist Das heißt Wenn ihr kein Gearset anhabt Nicht mal zwei Teile Also maximal ein Teil Und kein Gearset Boni Aktiv ist Wird euer Schaden Um 16% erhöht Das macht dann Das Talent Was auf dem Handschuh Drauf ist Das ist natürlich Schon mal Ein enormer Anstieg So dann haben wir Warte ich gucke mal Ganz kurz In meinen Lager So dann haben wir Jetzt hier Einmal Ja genau Die Operator Maske Mit Hartnäckig Erhöht den Schaden Für 10 Sekunden Um 10% Weil ein Erste Hilfe Set Benutzt wurde So die können wir Dann natürlich auch nehmen Weil wir ja auf gelbe Sachen mit ihren eigenen Talenten gehen wollen So dann haben wir Natürlich noch die Taktischen Westen Erlaubt allen Heilungsfertigkeiten Eine Überheilung Das erlaubt uns Natürlich die Damage Heilung Reinzunehmen Also die den Waffenschaden erhöht Für die Zeit Dadurch wird Trotzdem eine Überheilung gewährt Ist natürlich Alles sehr praktisch Da können wir die Die Weste halt Sehr gut nehmen Ihr seht selbst Dass ich natürlich hier Jetzt auch schon Ein bisschen Am rumsammeln bin Weil ich natürlich Auch immer ein paar Sachen aufhebe Weil ich sage Vielleicht muss ich Später irgendwann Noch mal was umrollen Genauso wie Waffenmods etc pp Wenn man die halt Mal gut hat Auffahren Nicht gleich wieder Wegschmeißen Das kann sich so Schnell alles Immer wieder ändern Dass man einfach Dann vielleicht Auf die Sachen Zurückgreifen will Die man noch Im Lager hatte Ja meine Freunde An sich War das jetzt so Mein Gear Set Stand Wieso Weshalb Warum Habe ich ja Im Endeffekt Auch erklärt Welche Mods Ich drin habe Welche Mods Ich drauf habe Etc Pp Habe ich euch Ja auch gesagt Ich denke auch Wenn ihr das mal Vergleicht Jetzt haben wir hier Gerade wieder den Dingens Bug Ich bin jetzt Bei 268.818 Das sieht das immer noch Nicht Ist ja egal Auf jeden Fall Bin ich eigentlich Bei 290.000 SPS Die Zähigkeit stimmt Die Fertigkeit und Stärke Stimmt auch Und ich denke Das sind relativ Gute Daten Sagt Eine Ewigkeit lang Eingespielt hat Kommt man mit dieser Waffe auch wirklich Gut klar Auch wenn sich das Handling Der MP7 Wirklich ein wenig Verändert hat Also es ist wirklich Schwerer jetzt Auf dem Ziel zu bleiben Als vorher Aber Alles eine Übungssache Meine Freunde Alles eine Übungssache Ja meine Freunde Ich hoffe Ich konnte euch Mit diesem Video Nochmal zeigen Wie ich derzeit In der Dark Zone Rumrenne Und überhaupt In The Division Natürlich wird alles Weiter verbessert Wenn sich irgendwas Großartiges ändern sollte Oder ich Weiter da Veränderungen Zu vernehmen sollte Werde ich euch Daran natürlich Teilhaben lassen Für das erste Danke ich euch Auf jeden Fall Erstmal fürs Einschalten Wie gesagt Bei Fragen Oder sonst irgendwas Einfach Ab in die Kommentare Ich stehe euch da Gerne zur Seite Wenn euch das Video Gefallen hat Lasst mir doch Einen Daumen nach oben Da Falls nicht Auch wieder Konstruktivität In die Kommentare Und ja Ansonsten meine Freunde Bin ich erstmal raus Und wünsche euch Wie immer was Euer Gunshot Are you listening? Damn